Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ne, es sieht ja total einfach aus, klar. Ich meine, denke ich auch so immer, ja... Mach ich! Gib mir das Ding und ich, äh, wird die Bude rocken. Nein! Hätte ich... Was? Warum Windows Hilfe? Willst du mich verarschen? Was soll denn das jetzt, bitte? Ich hab F1 gedrückt, ja, aber ich war im Spiel drin. Es sollte gar nicht Windows Hilfe kommen. Oder will Windows sich selbst helfen mal? Das sind die Fragen des Lebens. Die mir keine Sau beantworten wird. Weil sie dumm sind und weh in der... Nein, jetzt geh doch! Weißt du, geh doch mit 500 Scheißkamer da oben drauf. Aber nee, wieso denn nach oben gehen? Bitte! Mit Speed, jawohl. Dann haben wir die Passage auch geschafft. Schön gespeichert. So, unser Speicherstand, wo ich mir auch die Finger schlecken würde. Finger licking gut. War das nicht KFC? Weiß nicht mehr. Irgendwas war Finger licking gut auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Los, los! Nein, die Dreierkiste, komm, ich liebe dich, Dreierkiste. Mua! Nein! Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. 4, 45, 46, 47. Die Zeit wird knapp. 50, 41. Sag ja, sag ja, sag ja. Yes! 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 Fick euch! Wichser! Hä? Boah! Scheiß, die Wand an! Herzinfarkt. Okay, wo fehlt uns was? Ich glaube, uns fehlen insgesamt... Warte, wir schauen mal kurz. Speichern nochmal kurz, einfach so. 21. Okay, wir haben alles. Uns fehlen nur noch ein bisschen Gold. Hier eins. Hier kann's mehr, hier kann's mehr. Hier kann's mehr. Hier auch nicht. Okay, hier. Ansonsten haben wir alle Relikte auf Platin besagt, ist da unten. Turbo... Was, Turbo-Teppich? Ach so, wir haben alle Fass-Fass-Rollendinger fertig. Geil! Ich glaube zwar irgendwie noch nicht dran, aber gut. Äh, mir, komm. Ob's hier unten wirklich klüger ist, weiß ich nicht. Ich werd's aber glatt mal ausprobieren. Okay, ist es nicht klüger. Hab ich schon... Wir gehen doch unten lang. Dun, 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 dun. Was haben wir hier unten? Ne, da unten ist auch nur eine Holzkiste. Ich will ja freie Bahn haben gleich. Shit. Oh, das Gefühl, wenn's funktioniert. Was ist das? Eigentlich muss es jeder mal selber gespielt haben. Nur, dass er das Gefühl hat, wenn man mal Platin hat. Es fühlt sich so an... Oh, yes! Genauso fühlt sich's an und nicht anders. Mal schauen. Neun, zehn. Elf, dreißig. Okay. Bei 13 bin ich hier auf dem Boden. Jetzt kommen die Experimente. Uh. Äh, was? Okay, hier bin ich eindeutig schneller. Eindeutig bin ich unten schneller. Ich glaub, man hat's doch sehr, sehr klar gesehen. Gespeichert, das ist auch wichtig. Die Maske ist eigentlich zeitlich total, total unnötig. Also, die zeitlich zu holen ist unproduktiv wie Sau. Ne. Okay, die erste Überspringwahl sind wir uns jetzt... Bin ich mir jetzt mit mir selbst einig geworden. Schöner Speicherstand. Nein. Hm. Nein, jawohl. Schneller ging's sowieso nicht. Dann sind wir hier unten. Gut. Ich glaub, der erste Teil ist ganz gut gelaufen. Ich hab eines Platinen-Runs würdig. Und das Schöne ist, diese Level-Ansparen sind noch gar nicht so bombastisch schwer. Das geht eigentlich noch. Mal schauen. Kiste. Ähm, ich hab... Hallo, ich hab den eindeutig getroffen. Was willst du? Schon wieder? Ähm, ja, genau hier. Ich konnte grad nicht nach vorne. Das hatten wir aber, glaub ich, schon mal. Da, 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 da. Ähm, okay, das... Es war... Bis auf eine Stelle, es war der perfekte Run. Es war genau das, was man... Was es braucht, um hier so einen Platinum-Run hinzulegen. Bis auf das hier. Das war... Ging noch besser. 45, 46, 47, zack. Das ist doch mal ein eindeutiges Platin. Genau, hier Globetrotter, hier haben wir uns noch. Sieben Sekunden, ja, leck mich doch. Scheiße, sieben Sekunden. Wie soll ich sieben Sekunden da rausholen noch? Und wenn wir das... Wenn wir die Relikte haben, versprechen wir uns endlich auch an das... An unser geliebtes, äh, Dings ran hier. Ja, die letzten drei Level so an sich. Warum ich das jetzt gemacht habe, das war mir einfach persönlich ein Anliegen. Die ganze Relikte zu holen. Auch damit ich es jetzt hinter mir habe und es dann... Nicht machen muss, wenn ich gerade vom Endboss bin. Äh, okay, nochmal. Zack, okay. Die Eiserkiste kann ich holen. Die ist möglich. Und die haben wir auch, so. Zwei. Zwei, äh, vier. Sieben, schöner Safe-State gesetzt. Oh, okay. Knapp. Hier runter. Den kriege ich schön. Äh, 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 äh. Das hätte nicht passieren dürfen. Also bei der Zeit, die ich da hinlegen muss, bei allem Respekt, vergiss es. Da kann ich mir nicht so ein, so ein Fauxpas erlauben. Ich meine, ich kann mir nie ein Fauxpas erlauben. Ähm, was? Ich weiß zwar nicht warum, aber... Kann ich... Warte, jetzt, das will ich wissen. Komme ich da runter? Ja. Die Einsätze... Hier ist jede Zeitkiste wichtig, das ist das Problem. Ah, bam, 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 bam. Merken wir uns, 31, wir haben schon zwei verpasst. Also hätten wir jetzt eigentlich nur, nur 20. Äh, jetzt hätten wir eigentlich 23, weil da ist mir auch noch eine Sekunde pflücken gegangen. Egal. Ist eigentlich ganz gut, dass wir abfedern von der Wand, dann sind wir nämlich gleich hier drin. Speichern. Das ist auch immer so ein kleiner Erfolg für einen selber, wenn man inmitten in so einem Chaos speichern kann. Habe ich da eigentlich lukrativer hätte runtergekonnt? Weiß ich nicht. Bin auch nicht sonderlich scharf, ist noch herauszufinden, wenn ich dann am Ende 29... Äh, 29 Hundertstel zu viel habe oder so. Jetzt merkt man wieder, wie unsynchron ich bin. Ich muss sagen, die letzten Folgen, das war mir auch ein Anliegen jetzt mal, das muss ich mal ansprechen. Am Anfang ist der Ton noch gut, mittendrin verschiebt es den Ton dann um 70 Hundertstel oder so. Und das ist total ärgerlich, weil es ist nicht mal eine Sekunde, aber du hörst es so übelst raus. Also mein Sound ist absolut okay. Mein Sound ist mit Bild synchron wie Sau, also synchron wie sonst was. So, das Problem ist einzig der Spielsound. Der Spielsound ist total gegen das Bild verschoben. Bei Camtasia eben, das hatten wir auch schon mal, äh, die Bild- und Tonspuren nicht verbindet, sodass, äh, so kleine Hänger entstehen können. Ich meine, warum Camtasia das macht, das wird es selber... Ach man, das war der perfekte Run wieder mal. Camtasia das macht, das wird es selber wissen. Aber warum es mir damit die Aufnahme versaut, das weiß es wahrscheinlich nicht mal. Müssten wir denn eigentlich mal die Meinung geigen. Ich hab' ihr Produkt mal ausgeliehen und ich muss sagen, ich bin unzufrieden damit, kann ich's umtauschen. Ja, lass da mal die Kripo vor der Tür stehen. Die Criminal Polizei. Kommt, zack, jawoll. Bring mal das mit. Das haben wir... Da, muss ich ganz ehrlich sagen, da hab ich die vier Sekunden verschwenden. Das hätte besser gehen können. Muss ich an dieser Stelle auch mal... Muss ich an dieser Stelle auch mal meine Ehrlichkeit walten lassen und sagen, ja... Das ist mein Fehler. Eigentlich nicht, aber so aus Höflichkeit. Ich sag mal, das ist doch mein Fehler, obwohl ich genau weiß, ich bin nicht schuld. Das sind mir auch die Liebsten, die sind zwischen 13 und 17, die habt ihr nicht mehr als eure Scheiße verdient, Bitch. Oh ja. Oh, kann ich da direkt... Hatten wir die Frage nicht schon mal, ob ich da direkt runter kann? Okay, ich glaub, da kann ich nicht runter. Nee, okay, da nicht. Hoppla. Okay, es wird jetzt nicht auf Zeit. Ich würd nur gern mal wissen, ob... Ob ich sie irgendwie abkürzen kann. War doch hier irgendwo, wo war das? Warte mal. Ähm. Ja, hier. Nee. Das sind auch wieder, weil du... Du, du, äh, wirst zerstört, weil du... Ich mein, die wollen natürlich finden, dass du da hinkommst. Ein paar kleine Lücken lassen sie dir, die Spieleentwickler. Aber irgendwo sagen sie, wir sind ja noch jung. Dann können wir auch gleich eine Platinzeit von zwei Sekunden machen, wenn du Bock hast. Und da hab ich dann auch nicht so Bock drauf. Und dann sag ich auch, okay, manche Wege sind für mich partout passé. Sich ein. Okay, die Zeitkisten da oben lasse ich, glaub ich, auch mal aus. Wir haben wissen, noch 31 war hier diese Wiese. Ah, okay, es ist möglich. Es ist durchaus möglich. Gut, die Kurve haben wir elegant exzellent genommen. Und ich beginne zu glauben, dass diese Zeitkisten da oben, diese, ich glaub 12 Sekunden waren, ist, dass sie doch ganz nützlich sein könnten. Ja, so natürlich nicht, Mann. So, nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit. Und den auch noch. 21, gut, kann man so anbieten. Nein! Abgerutscht. Warum? Jetzt, hallo, du sollst den... Ich weiß nicht, was heute los ist mit dem Programm. Hoppla. Gut, sorry, die Maus muss da raus. Die Maus muss aus dem Bild raus. Ich hab gerimt. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich die noch erwische. Wo waren wir vorhin? Ich glaub bei 21. Okay, das war schon zu langsam. Dann doch lieber nochmal von vorne. Da Capo Alphine. Um hier mal ein bisschen Türkisch, nein, ein bisschen Musiksprache reinzubringen. Lateinisch, das ist es, glaub ich, ne? Hallo, hallo, wenn ihr die Kiste nicht bekommt, muss man sich auch nicht wundern, wenn ihr dann auf die Fresse kriegt später. So, zack. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Zack, gespeichert. Jetzt will ich mal wissen, wir sind hier bei 21. Wir sind bei einer Wahnsinn. Hallo, 21. Überheftige Zeit vielleicht. Jetzt will ich's mal im One-Run versuchen, ob das hinhaut. Okay, ich will's doch nicht versuchen. So, weiter, 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 so. Schön um die Ecke, schön um die Ecke, schön um die Ecke, schön um die Ecke verkackt, ey. Schleunigen, die Einsackkiste ist mir nochmal, die ist mir voll egal. Das war die Rache der Einsackkiste. Ja, Menschen-Skinners. Ist es denn so schwer, hier mal was zu reißen, Jungen? Ich glaube schon, weil sonst hättest du's ja schon längst hinbekommen. Und runter. Nein. Die Einsackkiste ist uns wieder egal. Okay, die beiden hätte ich schneller. Ja, weißt du, wer die beiden Kisten nicht so schnell mitnimmt? Tut mir dann auch leid. Eigentlich tut's mir nicht leid, ich sag's nur so, weil... Weil's halt echt dumm ist. Ah, ja! Gott. Was? Wieso zu weit? Hast du mich verarschen, oder was? Ich glaube, ich nehm die Einsackkiste doch noch mit. Einfach aus Höflichkeit, weil die sonst so alleine ist. Ich bin aber auch ein netter Mensch. Muss man jetzt auch mal sagen an der Stelle. Eine Sekunde fehlt. Merken. Wenn wir nämlich Glück haben, ist es so, dass die Zeit bis zum Ende stehen bleibt. Ich nehm die Einsackkiste doch noch nicht mit. Ich hab mich anders entschieden. Oh, mein Finger. Langsam. Es tut ganz langsam aber sicher weh. Zwar meine Dummheit auch, aber ausnahmsweise auch mal mein Finger. Hallo, hallo. Was soll denn jetzt jetzt? Macht der da so einen Sturz ins Nichts? Ich glaub, es geht los, aber... Sag eins. Nein! Prinzipiell gut, aber heute mal nicht. Hier, schon wieder! Schon wieder! Was soll das? Was ist denn das für ne wacke Scheiße, die hier abzieht vielleicht? Nein. State 2 gibt's nicht, deswegen kannst du den auch noch laden, Emulator. Klar, wenn's kein State 2 gibt, was willst du denn laden? Bitch. Ich hab mein Emulator gerade eine Schlampe genannt. Toccaloni 1, 2012. Das Original. Das marginale Original. Wer das Wort Marginal nicht kennt, der kann jetzt nachgucken. Weil ich weiß auch nicht, was es heißt, deswegen hab ich's benutzt. Ob's in dem Zusammenhang Sinn gemacht hat, überlasse ich euch. Ich bin so unfassbar gut, dass ich's schon selbst nicht mehr aushalten kann. Okay, wir schauen uns nochmal alles an. Platin! 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 Platini! 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 Oh, yes! Jetzt fehlt natürlich nur noch ein einziges. Oh, es ist cool! Mr. Lava Lava! Mr. Lava Lava! Ich, warte mal. Ich weiß gar nicht, um wie viel uns das... Hoppla, nee. Schön, der musste... Der musste sein. Ich muss natürlich Uhren beides gleichzeitig kriegen, wenn ich... Das war Glück. Hallo? Ja, springen! Junge, spring mal! Wär krass korrekt von dir. Ah, die Musik wieder. Bam, 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 bam. Nein, nein! Ich, ich erinnere mich. Ach, scheiße! Verbaust dir nicht, Junge. Eins. Unser Freund, der... Dingsler kann weg. Äh, nein, nein! Scheiße, ich hab' falsch gestated. Fuck! Und von vorne. Das erste Mal, dass ich ein Safe State falsch... So richtig... Un... Und, äh, Reparierbar falsch gesetzt habe.